Hallo und herzlich Willkommen zurück zu World of Warpings. Heute wieder etwas spät, aber naja, das macht ja nichts. Ja, wir haben jetzt den, oder doch, die B110B freigeschaltet. Ich habe gerade noch zwei Runden gespielt. Einer davon war, naja, katastrophal. Ich bin mit der FWE hochgestiegen und wurde dann direkt weggenatzt von zwei Jägern, die mich da sofort rausgepickt hatten. Ähm, ich habe die aber leider auch nicht gesehen, das war so ein bisschen blöd. Ähm, naja, wir zocken den jetzt. Ich glaube, das ist Tier 4, wenn ich mich nicht irre. Ja, Tier 4. Und mal sehen, was wir da machen können. Ich muss mich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen einspielen. Ich bin da noch nicht perfekt unterwegs. Ist auf jeden Fall an sich ein nettes Teilchen. Ich schieße hier mit, ähm, Panzerbrechend, glaube ich. Toll sieht man nicht. Panzerbrechend und Hochexplosiv oder Brand. Eins von beiden. So ein Mischmasch. Ich habe nicht mal gehört, das ist das Beste, was man so machen kann. Ähm, ich bin mir aber nicht mehr genau oder hundertprozentig sicher. Deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Und mal gucken, wie er sich fliegt. Ich habe ihn ja gerade nicht mehr so in Erinnerung. Ich kann auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser hochsteigen als die FW. Aber fliegen wir da hin, dann ist es mehr die Masse. Warte, wie steckt der denn bitte? Alter, das ist ja krank! Alter Schwede, steigt der nochmal echt ein dickes Stück mehr als ich. Ja, aber es funktioniert schon echt viel besser als, äh... als mit der FW. Ne, da gehe ich nicht mal runter. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, die ganzen, äh... 2000 Meter fast wieder runter zu gehen. Aber den könnte man sich da rausholen. Nur am rumfliegen hier. Von einer Ecke zur anderen. Bisschen Gas geben. Bisschen Stoff hier. Die sind alle so weit unten. Ja, und sich da einstürzen ist quasi der Tod. Ich bleibe auch hier erstmal. Weil hier sind die Bodeneinheiten. Die machen zwar nicht unbedingt so viel Schaden. Wenn sie überhaupt Schaden machen. Aber sie machen etwas. Und das ist oft ziemlich von Vorteil. Ups, Radar, da gucke ich übrigens viel zu selten drauf hier. Radar, gucke ich viel zu selten drauf. Och, also es ist jetzt echt... Ich finde es blöd, dass wir den da sterben lassen. Aber ich sehe da keinen... Keinen anderen Weg. Aber der stirbt auch nicht. Fick da doch mal rein. Wobei, da ist so einer. Ein Bomber. Ich will jetzt eigentlich nicht auf den Bomber gehen. So, dann bin ich unten. Ja, dann komme ich nicht mehr ganz so schnell hoch. Gerade ich habe meine Motoren da nochmal... Gerade nochmal schön durchbrennen lassen. Naja, das gibt es nicht, oder? Der überlebt jetzt nicht. Er sagt, er wird eine Waffe... Nein! Nicht Sturzwinkel zu groß. Mal ein bisschen ausweichen hier. Ich will leider keine Bomben dabei. Ah, der wäre sicher auch reingeflogen. Der Spahako. Zweiter Gegner zerstört! Ich dachte schon gerade, dritter Gegner zerstört. Aber das wäre ja sicher zu OP. Für die Welt. Oh, nö. Langweilig. Dritter Gegner zerstört. Nein, der ist nicht da wie im Fuck. Scheiße, das habe ich gar nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Wir haben gewonnen! Ich benutze ja keine Free XP für, weil die ist ja aus WOT, deswegen, ne. Aber wir nehmen mal das Hackgeschütz-Dingsbums. Es passt nämlich unser XP-Budget, unser Credits-Budget platzt sowieso aus allen Maßen. Es ist jetzt nicht so viel besser, aber... Joa, ich finde das ist schon ganz praktisch. Was haben wir denn jetzt hier noch? 700er? Ja, starten wir noch ne Runde. Wobei, ja, ich wollte grad sagen, vielleicht können wir noch was freischalten, das ist relativ unwahrscheinlich. Weil, naja, ist kein Doppel jetzt mehr drin. Wobei 1400 wäre ja auch 1200 verdoppelt. Ist eventuell noch 1000 drin, das könnte also noch ne ganz schöne Runde werden. Uiuiui, hier aber auch nur wenig, wenig, in Anführungszeichen. Okay, Hälfte des Teams T4, aber auch einige T3er. Sorry. Einige mehr T3er als in der letzten Runde. Ja, und die BFs, die sind böse vom Kinderteam. Ich bin ja drauf und dran, mich hinten zu halten und die FWs wegzuziehen, weil die haben gut HP. Und sind, wenn ich richtig spiele, mehr oder weniger machtlos gegen mich. Das könnte also vor der Erfolggründe sein, deswegen bleibe ich glaub ich erstmal echt hinten. Flieg mal in die Richtung da. Aber steigt tendenziell jetzt erstmal nur. Bin mir nämlich sicher, die steigen auch erstmal. Ja, so 2000 Meter. Sieht doch gut aus. So, aber ich, ich hab das früher echt grad auch versucht, ähm, durch die Mitte einfach zu fliegen, so wie der das da grad macht. Weil es klappt echt öfters, als man vielleicht denkt. Ist nicht schon da ist. Aber ich überlege grad meinem Kumpel, einem zu helfen. Ach du Scheiße, ist der in Trouble. Nee, nee, ich stütze mich lieber auf die FW, ziehe die weg und dann werde ich weg. Nee, nee, das war mit... Waaah, der Pult kommt zu mir. Waaah. Fuck. Ja... Alter Leute ey, was wird das da eigentlich? Ja, kann man nichts machen. Jetzt ist er hinter mir. Das meinte ich halt mit Problemen. Ähm, ja. Das Team kann man echt in einer Pfeife rauchen. Brauchen drei Jahre, um einen Gegner zu killen. Ja, und dann halt echt diese ganzen Crasher, ey. Das ist echt zum Kotzen. Vier Leute haben wir durch Crashes verloren. Einen von 15. Es ist fast ein ganzes Drittel. Five crashed. Was will der denn? Alter, das... WTF? Warum... Es ist doch gar nichts. Ist das der Turm, oder? Doch. Nee, ist doch nichts. Die Basis wird er, glaube ich... Der ATL war echt Glück, dass er nicht weggebombt wurde. Naja, ist halt auch kein... Kein Bomber. Da heißt nicht, du hast eine Bomber abgerufen. Ich dachte schon. Naja. Zweite Runde war dann eher so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, die BFs haben da weggeräumt, wie sonst was zusammen im Zug. Haben die da unser Team aufgeräumt. Dann die vier, mindestens vier, Crashes. Das heißt, man hat schon mal die Hälfte des... Drittel des Teams verloren. Da kann man dann echt nichts machen. Und da war der Boden. Was mir echt bei dem Spiel langsam auf die Nerven geht, warum gibt es keine Statistik? Jetzt mal ganz ehrlich. Kann man nicht wenigstens einfach von der IoT das übernehmen? Was ist denn bitte daran so schwierig? Jetzt kriege ich 125 Cradle XP, weil ich nur auf einen schießen konnte. Und da sogar... Ich meine, da habe ich sogar 100 irgendwas Schaden gemacht. Das ist jetzt nicht viel, aber es ist... Für 127 XP. Aber ist da sowieso eine Sache, die mich extrem ankotzt. Die XP-Verteilung oder generell XP kriegt man hier... Unter aller Sau bei einem Loose. Wenn man da so rausgefokust wird. Und... Und... Ein schlimmes Moot-Loop-Team hat als ein WOT. Und... Ja, diese... Warum, warum zum Teufel gibt es keine XP-Vergabe? Also... So eine Statistik. Warum? Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, weil sie nicht... Weil... Ihnen klar ist, dass die XP-Verteilung totaler... Bullshit ist. Und sobald sie die Statistik reinziehen... Oder... Releasen... Wird jeder sehen, dass es Bullshit ist. Naja. Mal gucken, wie lange ich mir das noch anschaue. Langsam verliere ich echt die Lust dabei, weil es kommt ja einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch zu faul, ich habe ein Forum rumzulesen. Brauche ich jetzt auch nicht, finde ich. Dafür spiele ich es zu selten. Aber langsam sollte das doch mal reinkommen. Ich meine, das ist doch nichts Schwieriges. Ihr kennt das doch aus WOT. Was ist denn daran so schwierig, das auch in WoWP reinzubauen? Ich meine, das gibt es bei jedem Scheiß. Also, so eine XP-Vergabe. Also gucken, wofür... Oder wer hat wie viel XP bekommen. Und... Ja. Gegebenenfalls auch vielleicht mal gucken, wie viel Damage man gemacht hat. Das sieht man ja auch nicht. Sorry, aber... What the fuck? Warum sieht man da nichts? Ich meine... Wie gesagt, ist ja echt nicht schwierig, denke ich. Außerdem... Ja. Copy, paste, BOT. Copy, BOT. 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 Copy, paste. Fertig hat man es. Ich weiß, ich stelle mir das gerade leichter vor. Es ist nur... Es ist nicht schwierig, denke ich. Also nicht so schwierig, dass man es nicht machen kann. Also wie die XP-Fahrgabe. Sorry, aber... Diese Battles verlieren, jetzt kriege ich da echt 127 XP für. Kein Wunder, dass ich eine 348er Siegrate habe. Auf jeden Fall nicht zu empfehlen, dass man es alleine spielt. Es ist doch schlimmer eigentlich im BOT. Weil wenn man zu zweit ist, habt ihr ja gerade gesehen, die BFs, die haben alles gerissen. Wären die nicht und gehen mal den ganzen Crashheim-Team. Die haben ja das schon mal anders ausgegangen. Naja. Soweit, so gut. Ich werde das Spiel jetzt schließen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, dann haupt mir einen Daumen hoch da rein. Und... Ich weiß nicht. Ich finde eher, dass das immer noch nicht... Ich meine, das Spiel ist released jetzt schon seit Längerem. Immer noch keine detaillierten Vergaben sind am Ende des Matches. Ich finde es... What? Warum? Ich verstehe nicht, warum es so ist. Ja. Haut mir das in die Kommentare. Tschö-tö.